Okay, also rein wegen dem Hoodie, einer der Peso tragt, kann nur ein Ehrenmann sein quasi. Eigentlich schon, ja. Okay Freunde, dann habt ihr euch quasi entschieden, ihr könnt mir jetzt verdeckt die Münze geben. Sehr Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des unglaublichen Formats Offenheit oder Off-White. Wir haben ja schon zwei spannende Episoden gedreht, eine davon auch hier in München beim Rare Fashion Store. Heute wieder mal in München, in der München Edition. Es haben sich auch schon ein paar Leute versammelt, die da heute mitspielen wollen. Bin schon sehr gespannt, Freunde. Wir haben natürlich zu gewinnen wieder sehr gute Preise, aber bevor es zu den kleinen Wins geht, geht es mal um den Big Win, liebe Leute. Bald ist der Job meiner neuen Kollektion Liberty & Justice. In zwei Wochen, zweieinhalb Wochen ist es soweit. Also bleibt auf alle Fälle am Start, schaut am besten bei mir auf Instagram vorbei. Da gibt es jetzt immer wieder News und natürlich auch in den nächsten Videos. Jetzt will ich aber gar nicht mehr länger quatschen, liebe Leute. Sehen wir uns unsere Preise an. Wie heißt das Format? Offenheit oder Off-White? Dementsprechend als Hauptgewinn ein wunderschönes Off-White-Shirt. Sogar eins in dieser Custom-Variante, wo quasi hier nochmal Spray hier steht. Wenn Virtual Ablo kommt, soll er da quasi draufsprühen. Ist aber anscheinend nicht dazu gekommen. Trotzdem ein limitiertes Shirt. Kein stinknormales Off-White-Shirt. Auf jeden Fall ein heiß begehrtes Piss. Das ist der Hauptpreis. Die Leute, Mitspieler können natürlich frei entscheiden, ob sie snitchen, sich anlügen und auf das Off-White-Shirt gehen. Oder sie sich dafür entscheiden, dass jeder einen Preis bekommt. Nämlich dieses Chaos-Shirt kann jeder bekommen, wenn sie sich einig werden. Das werden wir jetzt gleich mal sehen. Da drüben stehen schon einige Leute. Und ich würde sagen, wir verräumen mal die Preise. Naja, wurscht. Stellen wir es einfach daher. Wie schon keiner fladern, hoffentlich. So, da sind sie schon aufgefallen. Da sind schon einige Leute unterwegs. Und jetzt werden wir uns einmal unsere ersten zwei Spieler aussuchen. Bin schon gespannt. So, wer von euch will alle mitspielen? Hände nach oben. Also eh alle. Okay, nice. Du auch. Okay. Passt, du bist Spieler Nummer 1. Wie heißt du? Patrick. Patrick, grüß dich. Perfekt. Spieler Nummer 1. Brauchen wir noch einen zweiten? Ah, komm her. Ja. Niceer Hoodie-Bro. Wo ist denn der hier? Ja, da kann man ruhig mal klatschen, das sehe ich. Na sicher. Perfekt, danke. So, Applaus für unsere ersten zwei Spieler. Es wird immer mehr wie eine Game Show. What the fuck. Okay, Leute, wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen da auf die Seite. So, okay. Was ist denn da schon wieder so laut? Da kann man ja nicht spielen. Na man, ich stehe da vor der Einfahrt. Ich komme gleich wieder. Das ist wieder ein Kackspiel, Leute. Fange schon mal gut an. So. Wie viel ist das für die Jacke nochmal bezahlt? 750. Also, vielleicht noch nicht. Beim Stierblut gibt es sie mittlerweile für 650. Ja, okay. Ja, nett, dass du mir das sagst. Danke. Wir haben die ersten zwei Spieler hier. Ich habe ja gedacht, wir machen es spannend. Wir nehmen einen jüngeren und einen älteren Spieler. Wie heißt du nochmal? Patrick. Patrick. Und wie heißt du? Oscar. Oscar. Niceer Hoodie. Freust du dich schon auf die neue Kollektion von M.A.M.? Ja. Ja? Bist du schon hyped? Ja. Sehr gut. Spannend. Okay, passt. Freut mich. So, Freunde. Ich stelle mich mal einfach da ganz dreist zwischen euch. Wisst ihr, wie das Spiel funktioniert? Ja. Ja, aber erzählst du sicher. Ich kann es gerne nochmal erzählen. Jeder von euch bekommt von mir zwei Münzen. Eine 1-Cent-Münze und eine 1-Euro-Münze. Mit diesen zwei Münzen entscheidet ihr das Spiel. Sagt ihr, ja, ich will dieses Off-Wall-Shirt, aber der andere soll nichts bekommen. Gebt ihr mir verdeckt, so dass der jeweils andere nicht sieht, die 1-Cent-Münze. Sagt ihr, na, mir ist es lieber, wir einigen uns. Beide bekommen einen Preis, keiner geht leer aus. Dann gebt ihr mir beide verdeckt den 1-Euro. Habe ich dann bei der Auflösung 2 1-Euro in der Hand, kriegt jeder von euch einen Preis. Habe ich eine 1-Cent-Münze und einen 1-Euro in der Hand, bekommt nur derjenige, der die 1-Cent-Münze gegeben hat, das Off-Wall-Shirt. Gehen beide auf das Off-Wall-Shirt und geben ihr beide eine 1-Cent-Münze, kriegt keiner von euch was. Okay, ihr habt die Spielregeln verstanden. Das heißt, wenn er das Off-Wall-Shirt will, gibt er dir jetzt den 1-Cent. Genau. Und ich würde dir dann den Euro geben, dann würde er das gewinnen. Genau so ist es, ja. Aber ihr könnt euch jetzt ausmachen, worauf ihr geht. Ja, das haben wir schon ausgemacht. Wann? Ja, wenn du im Warteverbot geparkt hast. Das ist schlecht. Aber ein klein Deal. Das ist schlecht, Leute. Dann breche ich das Spiel an dieser Stelle ab. Echt? Das muss natürlich vor Kamera passieren. Da dürfen keine Absprachen im Vorhinein getroffen werden. Stimmt, wir hätten aber sagen. Auf was hättet ihr euch geeinigt? Wir hätten gesagt, dass ich das Off-Wall-Shirt bekomme. Und dass er nichts bekommt. Ja. Das ist natürlich... Das ist die Hauptzeit, dass ich den Insta-Bögen nicht immer... Ja, das ist natürlich sehr nobel von euch. Aber das ist leider gegen die Spielregeln. Abgemacht wird natürlich. Es gibt vorher keine Absprachen. Und dementsprechend muss ich leider die Münzen nochmal zurücknehmen. Tut mir leid. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Aber so funktioniert das Spiel. Wenn es vorher Absprachen gibt, geht es natürlich nicht. Okay. Können wir das trotzdem noch auf Instagram machen? Können wir natürlich machen. Ja, Freunde. Das ist ganz klar. Also im Vorhinein schon Absprachen treffen, die dann nicht vor Kamera passieren, ist natürlich nicht möglich. Deswegen suchen wir uns ja eigentlich auch gezielt Leute raus, die sich nicht kennen. So. Die ersten zwei Spieler haben sich leider verkackt. Das heißt, wir brauchen zwei neue Spieler. Bock hätten alle, oder? Ja. Hätten Sie auch Lust? Nein? Okay. Schade. Ihr zwei kennt es euch natürlich, oder? Wer ist stärker von euch? Der Linke. Okay. Also du würdest gerne spielen? Ja. Ich hätte jetzt gerne eine Fetzerei gesehen, aber okay, passt eh. Dann bist du der erste Gegner. Dann suchen wir uns noch jemanden aus. Wer steht schon am längsten da? Seit wann? Der. 15 Uhr. 15 Uhr. Wie lange du? Äh, 15 Uhr 20. Ah, ist kacke. Wer steht noch länger als 15 Uhr da? 15 Uhr. Okay. Ja, dann komm du. Vielleicht kannst du ja was reißen. Okay. Gut. Wir haben die nächsten zwei Spieler, Leute. Jetzt wird es spannend. Wie heißt du? Olli. Olli. Wie heißt du? Leo. Wie alt seid ihr? 15. 15. Und du? 14. Okay. Ihr hättet jetzt natürlich auch Bock auf ein Offward-Shirt, oder? Ja, ja. Okay. Ihr wisst, wie die Spielregeln funktionieren. Passt perfekt. Dann muss ich euch im Endeffekt nur mehr einen Euro und einen Cent geben und dir auch einen Euro und einen Cent. Und so, ihr wisst Bescheid. Nur einer kann das Offward-Shirt bekommen. Ihr könnt euch aber auch absprechen und sagen, ja, wir hätten gern lieber beide einen Preis. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, ja, gut, ich stelle mich in die Mitte, schaut besser aus. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch das abzumachen, worauf ihr geht. Der jeweils andere sieht natürlich nicht, was ihr gegeben habt. Das sehen wir dann erst in der Auflösung. Passt, ihr zwei. Here we go. Was ist der Preis? Der Preis ist ein Offward-Shirt. Und der zweite? Der zweite Preis ist ein Chaos-T-Shirt. Okay. Also ich fände es gut, wenn beide was bekommen würden. Was ist hier die machen? Ja, machen wir. Ja. Was ist für beide? Beide ist ein Chaos-T-Shirt. Welche Mütze? Für das Chaos-T-Shirt gebt ihr den Euro und für das Offward-Shirt den einen Cent. Was sagst du? Ja, ich würde es auch so machen. Okay, das heißt, ihr einigt euch jetzt quasi darauf, jeder soll was bekommen. Ihr gebt mir beide einen Euro. Für was kostet er ein Euro? Ja. Okay. Was ist, wenn er jetzt einen Cent gibt? Der gewonnen. Das ist richtig. Ja. Das wäre kacke, oder? Aber du vertraust ihm da. Das passt schon, ja. Ja, du vertraust ihm da. Du vertraust ihm auch. Okay. Also geht es aber noch aus, beides Ehrenwender. Ja. Perfekt. Gut. Dann kannst du mir jetzt verdeckt den einen Euro geben oder was auch immer. Stecke ich da mal ein und du kannst mir auch verdeckt die Münze geben. So, Freunde. Jetzt ist es natürlich spannend. Was glaubt ihr? Also ihr sagt, niemand snitscht. Doch, ihr sagt? Nein, die snitschen nicht. Beide snitschen. Ja, ja. Wer schaut wie das größere Arschloch aus? Beide. Olli. Olli. Du bist das größere Arschloch? Absolut richtig, weil er hat gesnitscht und damit bekommst du das Off-Watch-Shirt und du gehst einfach leer aus. Er hat dir beinhart ins Gesicht gelogen. Wie fühlt sich das an? Passt schon. Okay. Wie fühlt sich das an? Hast du ein schlechtes Gewissen? Bisschen schon. Bisschen schon, aber du hast auch ein Off-Watch-Shirt von dem her. Passt. Okay, also Lügen hilft einem da schon? In dem Moment ja. In dem Moment, aber sonst nicht? Nee. Okay, passt. Gut, dann die Münze. Dankeschön. Philipp, kannst du mir das Off-Watch-Shirt geben? Das ist dein Hauptpreis. Ein Off-Watch-Shirt. Bitteschön. Sehr nice. In der Größe M. Ich glaube, das sollte auch passen. Müsste, ja. Findest du, steht ihm das Shirt gut? Ja, schön, Schatz. Hätte dir auch gestanden, glaubst du? Keine Ahnung. Aber du findest es nice, oder? Zeig nochmal glücklich in die Kamera, bitte. Yeah, ich habe gelogen, ich habe ein Off-Watch-Shirt. Sehr nice. Okay, perfekt. Herzliche Gratulation. Alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg. Danke. Und ich hoffe, aus dir wird es vielleicht irgendwann mal ein Ehrmann, oder? Ja. Perfekt, super. Was sagst du noch? Irgendwelche Abschlussworte? Alles gut. Alles gut, perfekt. Dann viel Spaß mit dem Shirt. Danke schön. Perfekt. Na ja, so schnell kann es gehen. Philipp, wir brauchen noch ein Shirt. Ja, wäre nice. Mal das mit dem roten. Mit dem roten? Ja, irgendein Kack-Shirt. Das ist ihm doch eh egal. Was ist jetzt abgegangen? Du hast dein Off-Watch-Shirt umgetauscht. Im Gutschein und habe ihm jetzt den Schuh geblieben. Was? Ja, weil er ist ein Ehrmann. Das heißt, du hast gelogen, um ihm einen Schuh zu checken. Ja. Das macht es ja irgendwie nicht mehr so schlimm. Nice. Ja, das ist eher eine Aktion. Das ist eher eine Aktion. So, wir haben ein neues Shirt. Uff. In einem wunderschönen Farbton. Hast du dich erinnert, das hatten wir letztes Mal auch? Das schaut gut aus, oder? Oh, einige wollen ja mitspielen. Passt. Oh. Oh, einer mit Peso. Sehr gut. Aus der neuen Kollektion. Ja, komm gleich mal her. Ja, Mann. Du komm auch her. Perfekt. Perfekt. So, Justin, schauen wir uns das einmal an, wie ehrlich die zwei sind. Das ist dreist. Wie heißt du? Samuel. Samuel. Und wie heißt du? Wie? Noah. Noah. Okay. Samuel und Noah, ihr seid für dieses Spiel hergekommen, oder? Genau. Was haltet ihr von diesem schönen Off-White-Shirt? Ja, wie du schon gesagt hast, schön. Also ich muss es auf jeden Fall nehmen. Du hättest es gern. Du auch, oder? Ja, ist geil, ja. Muss man schon mal ergattern können. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ergattert sich oder ergattert es sich überhaupt jemand? Das werden wir jetzt gleich sehen. Habt ihr die Spielregeln verstanden? Ja. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch auszumachen, worauf ihr angeblich geht und euch zu einigen. Und erst dann gebt ihr mir verdeckt die Münze. Mhm. Gut. Ich würde auf das Chaos-Shirt gehen. Ich auch, weil da hätten wir auch bald das Gleiche wie bei dem Pulli dann. Okay. Gut Spaß. Ah, okay, auf den Vibe so quasi. Hey Bro, das ist ein Zeichen. Wir haben den gleichen Hoodie, hätten wir auch gleich das Shirt. Also ich würde es schon so machen. Also du würdest sagen, nein, lieber ehrenhaft und beide bekommen das Shirt. Du sagst das auch. Ja. Und ihr vertraut euch? Ja. Warum? Was, wegen dem Hoodie? Birkin. Ja, der Schweiß zusammen anscheinend. Peso Schweiß zusammen. Okay. Also rein wegen dem Hoodie. Einer, der Peso tragt, kann nur ein Ehrenmann sein quasi. Eigentlich schon, ja. Okay, Freunde. Dann habt ihr euch quasi entschieden. Ja. Ihr könnt mir jetzt verdeckt die Münze geben. Passt. Warte noch kurz. Warte noch kurz. Du musst erst mal das eine einstecken. Okay. Jetzt wird es natürlich spannend. Was ist deine Einschätzung? Was wird passieren? Nee, es passt. Okay. Gut. Du hast ja vorher gemeint, ja, wer Peso trägt, muss ein Ehrenmann sein. Und allein wegen dem Hoodie müssen wir das eigentlich machen, Bro. Tolle Manipulationstaktik, weil er hat dich angelogen und gesnitcht. Er hat den Einschätzung gegeben. Sorry, Bro. Hat David das Off-White-Shirt gewonnen. Das zweite Off-White-Shirt in Folge. Ja. Wie fühlt sich das an? Ja, nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Okay. Schlechtes Gewissen? Schon ein bisschen jetzt, ja. Aber gute Manipulationstaktik ausgedacht, oder? Ja. Du hast dir gedacht, das mit dem Hoodie kann man schnell mal machen, das glaubt man safe, oder? Genau. Ja, hat funktioniert. Also er hat es dir abgekauft. Und geht somit mit leeren Händen aus. Ja. Ja, vielleicht beim nächsten Mal nicht jedem mit Peso-Hoodie vertrauen, wäre vielleicht auch eine Idee. Ja. Aber ja, man lernt nie aus, oder? Herzliche Gratulation zu deinem Off-White-Shirt. Danke für die Münzen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiter im Leben. Dankeschön und alles Gute euch zwei. Danke. Ja, Freunde. Damit sind wir am Ende von Off-White oder Off-White. Ich habe es sehr teuer heute wieder gefunden. Zwei Off-White-Shirts gingen raus. Vielen lieben Dank an den Rare Fashion Store, an den Philipp, der uns das zur Verfügung gestellt hat. Und Freunde, nicht vergessen, bald ist es soweit meine neue Kollektion, Liberty & Justice. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wer der Ehrenloseste heute war. Und was euch am besten gefallen hat. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Seid gespannt, vielleicht spülen wir irgendwann einmal Air Dior. Offenheit oder Air Dior. Das ist ja wild, oder? Das ist was von mir. Euer Maximilian. Ich würde auf das Chaos-Shirt gehen. Ich auch, weil da hätten wir auch bald das Gleiche wie bei dem Pulli-Rannen. Okay.